Herzlich willkommen zur vierten und letzten Aufgabe im Digitaltechnik-Praktikum. In dieser Aufgabe geht es um digitale Schaltwerke und um ihre Entwicklung mithilfe endlicher Automaten. Laden Sie bitte von RELAX dazu wieder die Unterlagen herunter und öffnen Sie die PDF-Datei mit der Aufgabenstellung. Ihre Aufgabe ist es nun, einen elektronischen Sicherheitsmechanismus zu entwickeln, mit denen ein elektrischer Antrieb gegen unbeabsichtigte Inbetriebnahme geschützt werden kann. Entwickeln Sie dazu ein digitales Schaltwerk, was periodisch in Abständen von einer Sekunde einen Taster Start abfragt und sicherstellt, dass dieser Taster mindestens zwei Sekunden am Stück gedrückt worden ist, bevor das Startsignal namens RUN für den Elektromotor ausgegeben werden kann. Der Ablauf dieser zwei Sekunden soll dazu auf einem Lauflicht bestehend aus drei LEDs, LED 0, LED 1 und LED 2 angezeigt werden. Im ersten Teil der Aufgabenstellung machen wir es uns zunächst ein wenig einfacher und verzichten auf die Anzeige des Ablaufs der zwei Sekunden über die LEDs. In Ihren Unterlagen finden Sie das gewünschte Automatenverhalten exemplarisch in einem Impulsdiagramm beschrieben. Hier oben sehen wir den Takt mit einer Periode von einer Sekunde. Als nächstes kommt das Reset-Signal, beschrieben als low-aktives Signal, was mit seiner ersten fallenden Flanke den Automaten in seinen Initialzustand zurückversetzt. Dann haben wir den Input Start, der repräsentiert das Signal, was aus dem rot markierten Taster kommt und unten das Output-Signal RUN, was den Motor ansteuert. Ist das Signal gleich 0, steht die Maschine, ist das Signal RUN gleich 1, so läuft der Motor. Das Impulsdiagramm zeigt Ihnen nun, wie der Automat auf ausgewählte Eingabesituationen reagieren soll. Zu Beginn sehen wir eine kurze Betätigung des Tasters Start. Diese Betätigung wird bei der positiven Taktflanke registriert und nun muss der Automat prüfen, ob der Start-Taster auch bei den folgenden beiden Taktflanken immer noch gedrückt ist, sodass er den Motor aktivieren darf. In diesem Fall sehen wir, dass der Taster Start bereits nach etwa einer Sekunde wieder losgelassen wird. Der Automat muss also feststellen, dass die Betätigung des Tasters nicht lang genug erfolgt ist, um die Maschine einzuschalten und deswegen weiterhin das Ausgangssignal auf 0 halten. In der nächsten Situation betätigen wir den Taster. Dieser Tastendruck wird an dieser Stelle registriert. Nun muss der Automat verfolgen, dass über die nächsten zwei Taktschritte der Taster weiterhin betätigt wird, kontinuierlich, und erst dann, wenn mindestens zwei Sekunden abgelaufen sind, das heißt also zwischen drei Taktflanken das Signal nicht abgefallen ist, dann erst dürfen wir den Motor einschalten und dementsprechend das Run-Signal ausgeben. Gemäß Aufgabenstellung soll der Automat dann warten, bis der Taster ein zweites Mal betätigt wird. Das ist hier angedeutet durch diese Schlangenlinien. Die bedeuten, dass zwischen dieser Flanke und dieser Flanke hier beliebig viel Zeit vergeht und sich an den Signalen nichts ändert. Wenn der Automat jetzt feststellt, dass der Taster ein zweites Mal betätigt worden ist, dann soll der Automat das Run-Signal taktsynchron mit der nächsten positiven Taktflanke abschalten. Damit ist nun ein kompletter Ablaufzyklus des Automaten beschrieben. Der Automat kann somit wieder in seinen Initialzustand übergehen und auf die nächste Betätigung des Tasters Start warten, um den Motor wieder einzuschalten. Unsere Aufgabe besteht nun darin, diese exemplarische Darlegung des Automatenverhaltens im Impulsdiagramm in eine formale Darstellung namens Zustandsübergangsdiagramm zu überführen, aus der wir ein digitales Schaltwerk entwickeln können. Wir beginnen die Entwicklung des Zustandsübergangsgrafen mit der Beschreibung des Initialzustands. Dies ist derjenige Zustand, den der Automat einnimmt, unmittelbar nachdem das Reset-Signal aktiviert wurde. Dies findet im Impulsdiagramm bei T gleich 1 statt. Wir sehen, dass das Low-Aktive-Reset-Signal das Run-Signal, also den Output-Run, auf 0 setzt. Somit ist unser Initialzustand dadurch charakterisiert, dass wir ein Low-Aktives-Reset-Signal extern einspeisen und das Signal Run im Zustand S0 auf 0 gesetzt werden muss. Im nächsten Schritt müssen wir prüfen, auf welche Eingaben der Automat im Initialzustand wartet. Das ist hier das erstmalige Eintreffen des Startsignals. Das Warten auf das Startsignal beschreiben wir mit einer Selbstschleife am Zustand S0. Warte so lange in diesem Zustand, wie das Startsignal nicht gesetzt ist. Sobald wir das Startsignal zum ersten Mal gesehen haben, müssen wir uns diesen Umstand merken und dazu brauchen wir einen weiteren Zustand namens S1. Der Zustand S1 wird eingenommen, sobald Start erstmalig aktiviert wurde im Initialzustand. Deswegen brauchen wir eine Transition von S0 zu S1 mit der logischen Bedingung Start gleich 1. Im Zustand S1 sehen wir nach wie vor, dass der Output des Automaten gleich 0 sein muss, also Run gleich 0. Und dementsprechend tragen wir in das Output-Feld den Output Run gleich 0 ein. Nun sehen wir am Impulsdiagramm, dass der Taster Start in diesem Beispiel nach kurzer Zeit wieder losgelassen wird. Während wir uns hier gerade im Zustand S1 befinden, wird das Startsignal wieder zu 0 bei der nächsten positiven Taktflanke. Das bedeutet, der Taster war nicht lang genug gedrückt und wir müssen mit einem neuen Zyklus von vorne beginnen. Im Zustandsübergangsdiagramm bilden wir das durch eine Transition von S1 zurück nach S0 ab, unter der Bedingung Start quer. Wird also der Taster in S1 wieder losgelassen, so kehren wir in den Initialzustand zurück. Vervollständigen Sie nun diesen Zustandsübergangsgrafen auf der Basis der Ihnen vorliegenden Informationen und entwickeln Sie daraus ein digitales Schaltwerk. Hierzu finden Sie in den Unterlagen entsprechende Vorlagen für Zustandsübergangstabellen und PLA-Schaltungen. Verwenden Sie diese PLA-Schaltungen, um die Zustandsübergangs- und Ausgabelogiken zu implementieren und mit einem unten angegebenen Zustandsregister zu verdrahten. Implementieren Sie anschließend Ihren Automaten unter Verwendung einer PLA-Schaltung in Logic Circuit. Überprüfen Sie dann durch Simulation, ob der Automat den Spezifikationen genügt. Wenn Sie die Taste Start bei laufendem 1-Sekunden-Takt betätigen, so darf Run frühestens 2 Sekunden später auf 1 gehen. Wir betätigen also Start, zählen die Taktflanken mit. 1, 2, 3, nun geht Run auf 1, damit haben wir das Einschalten korrekt abgebildet. Beim Ausschalten müssen wir sofort auf die folgende Taktflanke nach Betätigung des Startsignals reagieren. Das heißt, das Ausschalten muss taktsynchron unmittelbar erfolgen. Wir betätigen Start, Taktflanke kommt, das Run-Signal ist sofort auf 0. Damit haben wir gezeigt, dass der Automat seine Spezifikationen erfüllt. In den folgenden Teilaufgaben sollen Sie Ihr digitales Schaltwerk mithilfe der Logikminimierung weiter schrittweise optimieren. Ihr Entwicklungsziel ist es, zum einen die bisher implementierte Funktionalität in einem kleineren PLA zu realisieren und zweitens in demselben kleineren PLA zusätzlich die anfangs geforderte Lauflichtfunktion zu implementieren. Hierzu werden Sie eine ausgabeorientierte Zustandscodierung anwenden müssen. Falls Ihnen dies nicht auf Anhieb gelingt, verzweifeln Sie bitte nicht, sondern fragen Sie Ihre Betreuer. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Viel Erfolg bei der Bearbeitung der Aufgabe 4.